Mama Mia, unperfekt! Hallo! Ich hab heute Geburtstag und wir trinken jetzt auf ein neues Jahr voller Wunder und... Ja, was denn eigentlich? Okay, ich muss sagen, wie alt ich werde. Ich bin seit heute 38 Jahre alt. Und ich hab das Gefühl, langsam wird es ernst. Langsam bin ich fast erwachsen. Um das zu feiern, habe ich was für mich Schlaues gemacht. Ich mag Dinosaurier total gerne und wir waren heute im Senckenberg-Museum. Und da gibt es eben diese ganzen Dinosaurier-Skette und uralte Sachen. Wir haben versteinertes Holz angefasst, was ich glaube 300 Millionen Jahre alt war. Ich meine, hey, dagegen wirkt 38 wie ein Klecks Fliegendreck. Es ist nichts. Ich finde immer, wenn man das Gefühl hat, boah, ich bin so alt geworden, dann tut es ganz gut, es mal so ein bisschen zu relativieren. Ich hatte einen total schönen Geburtstag, muss ich sagen. Ich habe eine Etagere bekommen, die schon erschreckend leer geworden ist. Ich wollte schon immer eine Etagere haben. Das ist das Coole, wenn man immer älter wird. Einige Wünsche gehen einfach irgendwann in Erfüllung. Man muss nur ein bisschen warten. Ich wollte schon immer eine Etagere. Jetzt brauche ich nur noch ein Medaillon. Ein Medaillon ist was anderes, was ich mir schon immer gewünscht habe. Aber hey, vielleicht zum 40. Das ist doch ein tolles Geschenk. Dann werde ich auch 40. Was ich am krassesten finde, ist die Diskrepanz zwischen dem, wie ich mir früher immer dachte, als ich so 18 war oder so, wie ich mir dann dachte, wie ich mit 38 sein würde und wie ich jetzt tatsächlich bin. Das macht mich sehr neugierig auf, wenn ich 80 bin, weil ich habe das Gefühl, das stimmt nicht mit dem überein, was ich bis dahin an Bildern über 80-jährige Frauen in mir trug. Mein Mann hat mir eine Nachtfahrbrille, also eine Brille für nachtblinde Leute geschenkt, weil ich, das ist das einzige, also die schlimmste Alterserscheinung, die ich an mir feststellen konnte, ist, dass ich immer nachtblinder geworden bin. So die letzten 10 Jahre hat sich das ständig verschlechtert, sodass ich jetzt eigentlich nicht mehr nachts fahren kann. Also nicht ohne mich und andere in Gefahr zu bringen. Und das hat mich schon ziemlich eingeschränkt und es hat mich auch obergenervt, weil es meine Freiheit total einschränkt natürlich. Vielleicht sollte ich die holen. Ich hole die mal schnell. So, das ist die Brille, die mein Mann mir allen Ernstes geschenkt hat. Ich weiß ja, er hat es nur gut gemeint, aber... Ich sehe echt komisch aus. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch so eine Brille hat. Also das ist wohl so, dass es die Kontraste runter regelt oder so. Das Schlimmste für mich ist, dass ich so geblendet werde. Also einmal sehe ich wenig in der Nacht und dann werde ich auch noch extrem geblendet. Wenn mir ein Auto entgegenkommt, dann sehe ich erstmal ein paar Sekunden nichts mehr. Und das ist eben das Schlimme. Und das hier macht es irgendwie... Man sieht alles gelb. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann blende das wohl nicht mehr so. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Hey, vielleicht drehe ich... Ne, jetzt habe ich Alkohol getrunken. Mist. Ah, das ärgert mich. Na gut, okay. Morgen Abend drehe ich mal eine Runde damit und gucke mal, wie das läuft. Es ist aber eindeutig Teil der Reihe von Dingen, die mich extrem seltsam wirken lassen. Ich weiß nicht, was ist das? Ich ziehe das an irgendwie. Was ich mir noch gekauft habe als kleines Mitbringsel für mich selber im Museum war hier dieses... Finde ich echt ganz schön. Ein Memory von Maria Sibylla Merian. Die hat maßgeblich mit erforscht, wie Schmetterlinge funktionieren und gleichzeitig das als Künstlerin auch noch umgesetzt. Und das hier sind meine Lieblingspärchen. Wir haben schon ein paar Mal gespielt. Und wenn ich keines von denen kriege, dann werde ich sauer und will nicht mehr mitspielen. Schön. Echt schön. Ich durfte im Museum auf den Vulkanknopf drücken. Ich weiß nicht, wer von euch das Senckenberg Museum kennt, aber da gibt es so einen Knopf und mit dem löst man einen Vulkanausprobe aus. Also nur so ein Modell Dings, aber der braucht viereinhalb Minuten, bis er sich aufgeladen hat. Und es ist fast immer unmöglich, den zu drücken, vor allen Dingen, wenn man erwachsen ist. Da ja heute Tag der Deutschen Einheit ist und in Frankfurt irgendwie alle möglichen Feiereien sind, war das Museum relativ leer und endlich bin ich zum Zuge gekommen. Das war toll. Das hat mich sehr befriedigt. Luis hat mir noch was geschenkt. Das kann ich euch nochmal zeigen. Ich habe nämlich einen tollen Gutschein bekommen. Er hat mich sehr zum Lachen gebracht. Okay, Moment. Okay. Luis hat mir einen Gutschein gemalt, zusammen mit meinem Mann. Das ist der Gutschein. Da steht, einmal Bausteine spielen. Das ist, was Luis mir geschenkt hat. Und dann hat mein Mann vorgeschlagen, also man könnte ja vielleicht der Mama noch was anderes schenken. Weil die wird ja so gerne gekuschelt. Das stimmt. Hier steht einmal kuscheln. Es musste aber durchgestrichen werden, weil Luis gesagt hat, nein, das möchte ich nicht verschenken. Ich finde es gut, dass er weiß, was er will. Und man muss auch wissen, was man zu geben bereit ist, nicht wahr? Die Kreise hat mein Mann gemalt. Toller Kreis. Aber der Luis hat alles selber ausgemalt und alles bestellt. Er hat gesagt, hier soll ein Kreis hin und da und da und da ein Stern. Ich bin froh und ich habe jetzt einen Gutschein für einmal Bausteine spielen. Yeah! Und vielleicht, wenn ich lieb bin, kriege ich nächstes Jahr eher auch einen zum Kuscheln. Ich arbeite dran. Ich bin ganz schön müde, aber auch ganz schön glücklich. Au! Katze! Wie kreize ich immer so in meiner... Komm, nimm mal hier hin, dann sieht man meinen Bauch nicht so. Ich bin nicht schwanger. Ich sehe nur so aus. So ist doch besser. Jeder sollte so eine Katze haben, oder? Anstatt Diät. Ich glaube, das war es auch schon. Ich wollte eigentlich nur mal Hallo sagen. Und euch mal fragen, wie sieht es denn mit euch aus? Altert ihr in Würde? Seid ihr 29 A, B, C, D, E, F geworden? Oder findet ihr auch, dass sich das alles einfach irgendwie total relativiert hat? Ich weiß nicht. Ich muss sagen, es war ein super schöner Tag. Ich habe mich voll gefreut, Geburtstag zu haben. Und mein Mann hat sich total bemüht, dass es für mich ein schöner Tag wird. Für alle von euch, die jünger sind, muss ich mal sagen, ganz ehrlich, mein Leben wird immer besser. Es gab immer wunderschöne Momente, es gab immer tolle Leute in meinem Leben und tolle Freundschaften und so viel Interessantes, was ich erlebt habe und was ich lernen durfte. Aber was mich persönlich angeht, wie ich mit der Welt klarkomme, das wird jedes Jahr besser. Also jetzt nicht, dass ich der totale Problemfall war oder sowas. Nur einfach, ich werde immer glücklicher. Das ist es eigentlich, was ich sagen will. Jedes Jahr stelle ich fest, ich werde immer glücklicher. Und das ist fantastisch. Und da kann mir keiner erzählen, älter werden ist schwer. Wir sagen das nicht. Und ich muss sagen, ich habe auch wirklich Spaß daran, älter zu werden. Ich finde es toll. Ich bin so glücklich wie noch nie. Und ich meine, was kann es denn Besseres geben? Ich habe definitiv schon mal besser ausgesehen. Aber, hey, irgendwas ist immer. Auf ein neues Jahr. Schön, dass es euch da draußen gibt. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss. Nichtsdestotrotz, 38 klingt wirklich ernsthaft.